so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge formings über lauter 22 hier wohl hallo rambo hallo rambo meine meine ja wir fangen immer so ein so fast immer fast so kriegt das mal was zu fressen wie über der kurze rambe schmatz der das weg wir streicheln ihn noch mal ja ja er schwarz ist weg gut der letzte volk die eier und hühner verkauft die würde ich sagen spontanerweise aber nur spontanerweise das machen wir sonst nie verkauft man höhe nicht lohnt sich das lohnt sich das ja ich wollte mal gerne wissen was so was so eine dings wert ist obwohl honig hier was gutes bringt wir wollen aber weise getmos in die bäckerei rein hauen könnten kuchen machen wo wollen wir jetzt schon da bist du schlappern was denn was ist denn was ist denn bis so habe ich nur nicht schlappern aber die stechen neben stechen nicht ja geht schon wieder bienen stechen nicht ja und sagen wir verkaufen die mal ja wir gucken mal was es bringt im moment ob die wir drauf so ich glaube jetzt nein müssen doch 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 mal klappe zu und was warten jetzt gott ich wollte das mal drücken genau das so haben wir angestellt ding ist übelst laut bin ich aber geil so wir haben den honig und ich finden wir auch nicht könnten dann auch mal wenn wenn die neue saison da ist da gibt noch mal brot herstellen also wie gesagt präckerei habe und herstellen ist gut ob ich habe sie zu gehen ich habe es über acht da ist es gut das ist aber noch ein 307 379 das nehmen wir den hotel hotel kann ich mir ganz gut vorstellen ja wir verkaufen allein hotel wo müssen wir denn hin dahin ich sitze schon mal doch viel zu nah ich kann gar nicht richtig lenken da muss man ein bisschen frambo achten er rennt gerne auf der straße rum dann müssen wir ja die 100.000 erreichen ja mal gucken was ich glaube wir könnten noch ein bisschen käse verkaufen oder haben wir das ja ich glaube ja da wir können noch ein bisschen käse verkaufen ach das ist wieder da oben aha es ist wieder da oben ist ja nicht schlecht wenn wir von uns alles abnehmen es ist ja nicht schlecht wir heizen ja schon mal mit 120 bräuchte volle volle wenn eigentlich über unseren hof vorne genau haben wir ja letztes video hoch gemacht jetzt ohne ende das ist ein wahnsinniges ding ich sehe nichts halt stopp 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 ich sehe nichts junger ist das hier ich hab da guckt immer denn das ist ein bisschen hier müssen nach rechts ich gucke mir gerne das hier alles an so mit schalten und blablabla aber das ist so nicht möglich das ist schade bin ich immer noch der meinung ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich bin immer noch der meinung das habe ich jetzt schon ein paar videos gesagt es wäre schön wie bei eds oder bei märkertrack simulator dass man weiter zurück scrollen könnte das wollen halte bisschen mehr von der technik sieht und von den schalterei und das war cool so ist das grüne v plus durch genau und wir tocken bei den anderen an abschneiden öffnen geht schon weg aber nicht ganz erreicht doch echt jetzt 1506 schade 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 nicht die 100.000 erreicht gut zu klappen und dann schauen wir warum ich glaube wir können noch ein bisschen es wenn man die wolkerei solange kühle ist rot wir haben auch keine kühle mehr oder was ok doch läuft auch nichts das gibt man ja auch mal hochfragen in der spiel da könnte man ja wohl draus machen äh was so ich ihn gerade ach ja die wolkerei genau im käse ja okay sagen wir jetzt oh und was hätte man verkaufen setzen wir mal eine markierung genau und da fahren wir mal hin aber das war ja nicht weit von uns zu hause das war ja nicht weit weg es war ja nicht weit von uns weg es war ja nicht weit von uns weg vor ich sehe noch von der folge noch 100.000 kommen mal gucken und links rechts links rechts links rechts 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 links links 20 über dem feldweg wer macht das nicht ich mache das ich mache das glaube das war hier ja genau da vorne los zwischbuche ich kann so vorbeifahren was ist das hier wo verkehr gut jetzt so hätten wir auch zwei schöne paletten frei die wärme hochverkaufen wollte ich jetzt nicht ich will doch die palette annehmen kriegst du nicht hin und das sieht so cool aus du kannst die paletten nicht mehr annehmen ich kann die paletten nicht mehr annehmen moment wir packen mal die andere drauf naja naja kann ich die noch mal annehmen ja genau ich will die mal so hinstellen wo sie einmal frei ist so ist gut jetzt müssen wir die markierung weg machen hier und da geht einfach ein kontakt sagt und ich komme ekleber daraus die wünsche eine flasche milch und dann verschwinden die so mal kiesel 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 7000 7000 es wird auch da oben also das hotel bei euch gehen die markierung setzen aber ja wir sitzen trotzdem eine obwohl muss nicht brauchen also ist aber nicht schlecht also hier bei der molkerei ist ganz schön betrieb nur das ist der wahnsinn da ist ganz schön betrieb wenn die auf der straße rum wahnsinn auch mal ja anhänger dran hängt ganz so klein eventuell vielleicht so ein autoloader so im klein müsste man eigentlich mal ausprobieren wenn wir dann doch mal mehr zu verkaufen haben also das hotel kauft alles das kauft wirklich alles das kauft alles wo willst denn hin heiko ich weiß es noch nicht das mache ich denn nur wir fahren durch dass die markierung weg ist soll dann gott ab muss ich das ding auf machen werden wir sehen was haben willst du nur auto 14.000 83 wir sind über die 100.000 rüber frei so jetzt überlege ich auf wir auf mich im moment ich will bloß mal was gucken mal tiere auf die schafe schon wolle haben da können wir das nämlich eine gestalt drei form auch nie war doch mal dahin achso nie moment schafe hier oben ach stimmt das haben wir ja reingepackt ja stimmt ja alles gut da brauchen wir ja nicht hinfahren das haben wir ja schon reingepackt ne und wieso produziert das eigentlich nichts aber wir haben das gar nicht aktiviert kann das sein das habe ich gar nicht aktiviert ne brauchen wir stoffbaumwolle oder stoffbaumwolle stoffwolle also ich glaube baumwolle aber das brauchen wir denn hier die kleidung brauchen wir stoff äh 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 das haben wir ja gar nicht aktiviert jetzt läuft's gut es läuft ne dass ich mal meine weil noch ein paar aber erstmal brauchen wir schon wolle so haben wir da gleich noch hier das bisschen reinpacken ja ja freilich wenn wir immer hier sind dann packen wir das bisschen online ja da kommt es online ja ja fällig so aber so haben an sich haben wir jetzt nicht mehr zu verkaufen oder holig haben wir verkauft das haben wir verkauft alles sind zufrieden mit essen ne ja wir könnten hier eigentlich mal noch ein paar schafe wir haben gerade mal 40 stück da kriegt man auch ein bisschen mehr baumwolle ein bisschen mehr wolle das kauf und denn dauert man ja 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 wo hoffentlich okay bisschen kohle wird ausgegeben ich war mir jetzt noch jetzt entschuldigung jetzt sind wir weiter runter von den 100.000 ist aber nicht so schlimm wir haben jetzt neue schäfchen hallo bist neu ja ja ich gucke ich packe mich auch hinten noch aber hoch ja schön alle am fressen ja das machst du hier und springt oder was du hast aber fette wolle warum steht das nicht bei uns vorne ja gut das wollen wir jetzt nicht so wir müssen mal das auto nach hause fahren ist wohl nicht wie ich sie braucht da wurden das jetzt so da fahren wir das nach hause ja zum verkaufen aber jetzt glaube ich nix mehr außer gerest aber genau was man damit macht ich glaube da kann man diese herstellung sowas war eine güte das ruppelt ja da würde ich sagen dann in der nächsten folge eventuell vielleicht ein bisschen schlafen oder warum fahre ich hier lang man weiß es nicht weil man doch richtig ja da würde ich sagen der nächsten folge und ich sage schlafen weil aufträge sind immer noch nicht da und wir haben eigentlich alles jetzt was muss so formen sollte abgearbeitet auf träger sind immer noch nicht da ja auch nichts verkauft haben wir auch alles naja dann müssen wir dann halt in der nächsten folge doch noch mal ein bisschen schlafen und ich sage spontaner weise und dann halt in der nächsten folge doch noch ja schlafen weil wir können jetzt nichts mehr machen feld auch kaufen können wir nicht alles zu teuer dücken müssen wir nix zumal in der nächsten folge würde ich sagen schlafen oder ich schlafe offline und ich berichte euch dann was rausgekommen ist kann ich auch machen weil wir sagen zu verkaufen ist nix mehr also von daher noch mal ich nur parkplatz ja da so, alles gut ja ihr Lieben, da wollte ich sagen da bedanke ich mich für euer Zusehen für eure Bedarfe, für eure Likes mega Daumen an euch, viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal, tschüss tschüss